Das ist der letzte Sonntag in diesem Jahr. Wie war das Jahr eigentlich bei euch? Wie war er für euch? Erfolgreich? Habt ihr etwas erreicht? Seid ihr gewachsen auf einer neuen geistlichen Ebene? Habt ihr irgendwie eine neue Gabe, Talent empfangen? Vielleicht hat jemand seine große Liebe gefunden. Oder jemand hat seine nervende Arbeit zurückgelassen. Oder es ist bei jemandem ein Kind zur Welt gekommen. Jemand hat Erfolg mit seinem Unternehmen gehabt. Oder vielleicht hat jemand eine nahe Person verloren. Aber wir können alle mit Sicherheit sagen, dass wir bis zu diesem Moment gelebt haben. Reise dem Herrn dafür, dass wir hier sind. Wir haben dieses Jahr durchlebt. Und wir sind im Haus Gottes. Wir sind in der Gemeinde Jesu Christi. Wir sind auf dem richtigen Weg, Gemeinde. Heute Abend werden wir uns nochmal treffen, um gemeinsam den Übergang ins Neue Jahr zu feiern. Ich möchte noch einmal denjenigen gratulieren, die getauft wurden. Und auch denjenigen, die Mitglieder unserer Gemeinde wurden. Wir begrüßen euch und danken euch dafür, dass ihr bereit seid, euer Leben mit unserer Gemeinde fortzuführen. Und auch ihr anderen, wir begrüßen euch, die ihr heute nicht hier sein könnt. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr noch besser und noch erfolgreicher wird. Und dass der Herr noch weitere Menschen unserer Gemeinde anschließen wird. Und wir können ihnen dienen und auch sie aufnehmen können. Das wird ein neues Jahr sein. Jedes Jahr ist neu. Aber in der Offenbarung steht geschrieben, der Herr schafft alles neu. Neue Möglichkeiten. In служении oder in Arbeit. Neue Bekanntschaften, neue Beziehungen. Es werden neue Türen aufgemacht. Neue Offenbarungen, neue Erlebnisse. Abneuerung von Geist, Körper und Seele. Wie im 2. Korintherbrief steht, 4.16. Dass unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr auf eine neue geistliche Ebene steigen werden. Ich glaube, dass unsere Beziehungen mit Gott enger werden. Amen. Dann ist gut. Ich glaube, dass wir noch viele gute Werke tun können zur Herrlichkeit Gottes. Wir befinden uns im Haus Gottes. Wir sind in der Gemeinde. Es geht uns gut, wir können uns hier an allen möglichen Tagen versammeln. Ne важно, was in unserem Leben passiert. Wenn wir uns treffen. Wenn wir Gott verloben. Wenn wir mit der Worship-Gruppe. Wenn wir zusammen beten. Wir werden erneuert. Die Gegenwart Gottes ist anwesend. Und in seiner Gegenwart vergessen wir unsere Probleme. Wir können in seiner Gegenwart sein und überhaupt alles vergessen. Der Herr erfüllt uns. Der Herr erhebt uns. Wir empfangen Erbauung. Wir hören Worte, die unseren Geist stärken. Die uns weiterführen. Die uns dabei helfen, auf das Bessere zu hoffen. Denn das ist der Wunsch unseres Vaters. Damit wir auf diesen Weg gehen. Und dass wir in dieser Welt, in dieser Finsternis eine genaue Richtungsvorgabe haben. Wie Jesus gesagt hat, ich sende euch als Schafe mitten unter Wölfen. Aber fürchtet euch nicht. Ich habe diese Welt überwunden. Und ich bin immer mit euch. Und wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Familie. Wir sind ein Organismus. Und auch wenn du mit jemandem gestritten hast. Oder du hast ein Leid erlebt. Wir kommen trotzdem zusammen. Du hast jemanden, mit dem du reden kannst. Du hast jemanden, mit dem du dein Herz aufsperren kannst. Du hast jemanden zum Reden. Du hast ein Wort, der ermuntert für dein Leben. Andrei, gib mich auf. Taras, gib Hoffnung. Sergei, versuch auf Gott. Und uns genügt oft schon ein Wort, dass unser Geist gestärkt wird. Sлавa Bogu, dass er Gemeinde erschaffen hat. Dass wir einander haben. Dass wir uns in einem so geschützten Ort befinden. Wo jeder mit sich selber sein kann. Wo jemand ganz einfach über seine Schwierigkeiten reden kann. Über seine Sorgen. Und ihm kann geholfen werden. Und wenn wir Christen, seine Hoffnung haben, und auch die in der Gemeinde sind. Das, was wir in der Gemeinde erleben. Diese Frieden und Freude ist die Gegenwart Gottes, die uns erfüllt. Wir haben seine Verheißungen, seine Versprechungen, an denen wir uns festhalten können. Dass er immer bei uns sein wird und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Aber überlegt mal, was hat der weltliche Mensch für eine Hoffnung? Der Gott nicht kennt. Er wohnt irgendwo allein und hat vielleicht sogar noch nicht mal Freunde. Wie kann er mit seiner Furcht fertig werden? Wir sind viele. Wir sind eine Familie. Wir sind Freunde. Wir feiern gemeinsam Geburtstage. Wir feiern gemeinsam Feste. Wir lächeln einander an. Wir erheben einander. Aber wer wird eine Person erheben, die in der Welt ist? Wer wird einer fremden Person, die gefallen ist, die Hand entgegenstreichen? Wer wird einem beibringen, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen? Ich kann mein Leben so vorstellen. Oder das Leben eines anderen Menschen, der Gott nicht kennt. Wie nicht sehr große Boote oder Schiffe, die auf den Meeren dieser Welt unterwegs sind. Jeder schafft seinen Weg, er hat seinen Weg. Jedes Schiff ist auf seiner Route und sucht das Seine. Es gibt gute Zustände, es ist alles ruhig, kein Sturm. Und dieses Schiff, es fährt auf dem Meer dieser Welt. Aber wenn auf dem Meer ein Sturm ausbricht, dann ist im Leben ein Sturm. Und dieses kleine Schiff, es kann mit Felsen kollidieren und sinken. Wir rufen um Hilfe. Wir rufen, dass uns jemand hilft, aber oft erhalten wir keine Antwort. Das ist ein bisschen wie unser Leben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ein bisschen an mein Leben erinnert, bevor ich zu Christus gekommen bin. Und ich glaube, diese Geschichte ähnelt vielen unserer Leben. Bevor wir Christus kennengelernt haben, bevor wir in die Gemeinde gekommen sind und Teil einer so großen Familie geworden sind. Das ist das Schiffbruch eines Schiffes. In diesem Schiff befand sich der Paulus mit anderen Gefangenen. Dieses Schiff war unterwegs nach Rom, damit der Paulus vor dem Kaiser steht. Diese Begebenheit ist mir aufs Herz gefallen und das schon länger. Ich würde es gerne gemeinsam mit euch lesen und dann einige Gedanken mit euch lesen. Das ist Deяние Apostol, 27. Die Apostelgeschichte, Kapitel 27. Ich lese vom 20. Vers. Ich werde schnell lesen. Ihr könnt es auf Deutsch mitlesen. Aber wie viele Tage nicht so Und nur корабl. 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 Aber сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым бросить и выйти на землю. Впрочем же спасаться. Кому на досках, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спасся, я уже почти начинаю славика догонять по количеству прочтенных местописаний. Это местописание. Эта история, эта история, она напоминает мне о моей жизни. Sie erinnert меня. До того, как я узнал Христа. До того, как я попал в церковь. До того, как я попал в церковь. И описывает Лука. И когда я читаю, что у них исчезла всякая надежда. Павел ободрял их. Павел ободрял их. Можно себе представить, что они не ели 14 дней. И они ожидали. И они ожидали. Потом они начали выкидывать пищу из корабля, чтобы облегчить его. Ах, они начали выкидывать пищу из корабля, чтобы облегчить их. Это корабль на мель. На мель? На инсель. Где была мелкая. Это корабль попал на мель. Войны хотели начать убивать всех, но сотник остановил. Войны. Они хотели начать убивать всех, но сотник остановил. Каждое это место, оно как-то напоминает мне и мои какие-то истории в жизни. Как я проходил какие-то трудности. Когда я это так лезу, я помню, что это было в моем жизни, когда я тяжелых проблем. После кораблекрушения, кто поплыли, кто вплав, кто поплыл на досках. Так можно сказать, что жизнь моя выглядела так, до того, как я пришел ко Христу. Я прочитаю еще два стиха, это 28 главы. Я прочитаю еще два стиха, это 28 главы. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит или Мальта. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разожгли огонь и приняли всех нас. Вот этот стих второй, он имеет самое главное значение. Der zweite Vers, он имеет die wichtigste Bedeutung. Я могу прочитать еще в новом переводе, написано, что жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Auf einer anderen Übersetzung heißt es, dass die Einwohner der Insel, sie haben uns besonders gastfreundlich behandelt. В сиональном переводе написано, что немалое человеколюбие. Auf der anderen Übersetzung heißt es ein bisschen anders. После всего того, что произошло со всеми людьми, которые находились на корабле. Und mit all diesen Menschen, die dort auf dem Schiff waren, они выбрались на этот остров. Sie sind auf diese Insel gekommen. Если кто-то знает остров Мальта, есть небольшой. И на племеннике оказали большое, немалое человеколюбие. Я это тоже сравниваю со своей жизнью. Я это тоже сравниваю со своей жизнью. Когда я пришел в эту церковь. Когда я пришел в эту церковь. Мне тоже оказали человеколюбие. И гостеприимство. Я переживал это, все на своей жизни. Я видел, как моя жизнь, которая была как корабль, которая носилась по волнам. Я видел, что в этой темноте, в этом шторме и в этой буре. И когда я пришел в эту церковь. Это было 10 лет назад. И когда я пришел в эту церковь, эта церковь оказала мне гостеприимство. Эта церковь приняла меня. Эта церковь приняла меня. Может быть, здесь есть только единицы, которые это делали. В основном уже все новые. Vielleicht, von euch, sind es nur noch wenige, weil unsere церковь mittlerweile besteht aus anderen Personen. Я сравниваю вот этот остров с церковью. что вот этот остров, это и есть церковь среди вот этого бушующего моря. И люди, они как маленькие кораблики плавают по этому морю. И люди, они как маленькие кораблики плавают по этому морю. И я говорю, что когда в жизни все хорошо и стиль, то это мимо этого острова все проплывают. Но когда есть какая-то проблема в жизни, то этот остров, который никогда в жизни никто бы не упомянул в Библии, он сыграл огромную роль для того, чтобы все эти люди, они могли спастись. Как я уже начал рассказывать, что это было с моей жизнью. Я нашел эту церковь, и люди приняли меня. Я был в репетиционном центре. Я был в репетиционном центре. Я не знаю, больше четырех лет, наверное. Wahrscheinlich более четырех лет, наверное. И люди показали мне любовь. И люди показали мне любовь. И они зашли мне любовь. Вокруг нас есть еще очень много людей, которые нуждаются в любовь и заботе. Но у нас есть еще еще много людей, которые нуждаются в любви и заботе. И они также находятся в этом стуле. И эти островы являемся мы, как церковь. И эти островы являемся мы, как церковь. Люди ищут там, где их примут, и обогреют, и накормят. И люди искали, где их примут, где они могут быть вверхом, где они могут быть вверхом. Нам удалось выбраться из этого мира, из этого лицемерия, из этого обмана. И мы попали в церковь. Мы попали в семью, там, где нас любят, и там, где нас понимают. У нас есть gelungen, гретт от этого Финстерного, из этого стула, где мы их обманем. Мы собираемся здесь, здесь у ног Христа, и мы наслаждаемся Богом. Мы наслаждаемся Его присутствием. Мы sitzen на фюзах Христа, и мы генесим его. Мы можем просто наблюдать, что происходит там в мире. Мы можем просто посмотреть, что происходит там в мире. И наше сердце, оно может черстветь тем погибающим душам, которые тоже ищут, а они сами не знают, что они ищут. У нас сердце может быть hart или мышь? Да, hart. Он может быть hart gegenüber den Menschen, которые draußen sind и найти Hilfe. Сначала приняли меня. А потом я начал принимать. Тогда я начинал принимать. Когда вас приняли, когда вы тоже можете принимать, что случится, если мы протянем руку кому-то? Что случилось с вами, когда вы мне дали руку? Ничего не произошло с вами. Никто не убил, и вы не умерли за это. Просто вы спасли одного вот такого грешника, как я. И вы можете уничтожить. Да, есть еще много людей, которые потеряли надежду. И есть еще много людей, которые уничтожили которые живут под тяжестью греха, которые уничтожили в этом мире. И церковь, она является как этот остров. И Gemeинка является как этот остров, в которой может укрыться каждый, кто потерпел корабликрушения. И мы можем принимать таких людей. И мы можем принимать таких людей. чтобы им любовь и заботу. Потому что мы тоже были когда-то на их месте. Потому что мы тоже были когда-то на их месте. Если вы помните, когда у нас здесь Евиспaptовой дом Хочаннес, Он сказал, что наша Церковь увеличится примерно в пять раз. И мы должны быть готовыми, вместить всех этих людей. И мы должны быть готовыми, все этих людей aufzunehmen. Und Leiter eines Hauskreises werden eine wichtige Rolle spielen in der Aufnahme oder in der Fürsorge für diese Menschen. Und es wird nur möglich sein, wenn du und ich wir zusammen durch deine Hände, durch deine Zаботen, durch deine Liebe, durch deine Terpene wir können diesen neuen Menschen und durch deine Hände, durch deine Fürsorge diesen Menschen dienen können. Und wenn ich über das nächste Jahr nachdenke und über das Verbleiben unserer Gemeinde unsere Gemeinde, sie nimmt eine wichtige Rolle ein im sozialen Dienst für diese Gemeinde, für diese Stadt. Wir können den Bedürftigen die Hand entgegenstrecken und unsere Gastfreundschaft, unsere Türen ihnen öffnen. Amen. Seid ihr bereit, gastfreundlich zu sein? Seid ihr bereit, den Menschen Liebe entgegenzubringen? Genauso wie ihr auch aufgenommen wurde? Genauso wie ihr auch aufgenommen wurde? So wie euch irgendwann mal jemand Liebe entgegengebracht hat und euch die Hand entgegengereicht hat? Seid ihr bereit für unseren neuen Abschnitt in unserer Gemeinde? Bereit? Bereit? Amen. Sлавa Bogu! Weiß dem Herrn! Wir haben in Wirklichkeit unsere Gemeinde super. Amen. Amen. Ja. Wir können stolz darauf sein, dass unsere Gemeinde so vielfältig ist. Ich möchte euch ein bisschen loben. Ihr seid sehr kreativ und voll mit Talente. Dankeschön. Sie sind sehr verantwortungsvoll. Ihr seid sehr musikalisch und fortgeschritten. Ja. Ihr könnt die Tische wunderschön decken nach unserem Gottesdienst. Das kann sonst niemand. Посмотрите, wie красивo die Klassen der Vögel sind. Das ist einfach искусство. Schaut euch mal die Kunst an, wie die Klassen für die Kinderversammlungen ausgestattet sind. Schaut euch mal an die Qualität und die Ausstattung unserer Lobpreisgruppe. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, wie es vor fünf Jahren aussah. Morsche und женische Gruppen. Die Männer- und Frauengruppen oder Männerclubs und Frauenfrühstücke. Die Jugendliche Veranstaltungen. Die Sprachkaffee, die Hauskreise, die Selbsthilfegruppe und noch viele andere. Wir bringen eine Veränderung in diese Stadt. Ihr habt einen Applaus verdient. Bitte applaudiert euch selbst. Denn wir haben in diesem Jahr wirklich einiges erreicht. Wir sind eine internationale Gemeinde. Wenn ich jetzt jemanden vergesse, dann bitte erwähnt es. Ich habe zwölf Nationalitäten gezählt. Das ist die Austerien. Österreichs, N firewalls, Bowser, injuries, Russische, Russische, Litauen, Moldavani, Belarusts, Kab senten, Ahmeds объjektet. Tatare, Amerikaner. Hab ich jemanden vergessen? Кто ist? Ja, Dagestan. Dagestan. 13. Wir können stolz darauf sein, dass wir so eine multinationale Gemeinde sind. Wenn ich über die nächste Jahrzehnte und über unsere Kirche in das nächste Jahr hineinblicke und an unsere Gemeinde denke, ich sehe eine moderne Gemeinde und auf ein biblisches Fundament errichtet. Und Teil dieser Gemeinde sind du und ich. Meine Predigt kommt langsam schon dem Ende zu. Und zum Abschluss wollte ich sagen, wir können nicht allen gerecht werden. Wir können nicht alle erretten. Und wir können nicht alle in diesem Gebäude aufnehmen. Aber ich möchte uns auffordern, dass wir für nächstes Jahr unsere Antennen ausfahren. Damit wir sensibel sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Dass unsere Augen geöffnet sind. Damit wir das wahrnehmen können, was der Heilige Geist uns sagen möchte. der dir einfach nur sagen möchte, ruhig. Приglaßi jemanden in die домашнюю Gruppe. Lade jemanden ein zu deinem Hauskreis. Also wenn der Heilige Geist zu dir spricht, erzähl ihm weiter, was ich für dich getan habe. Sделai какой-то подарок. Abbrati на кого-то свое внимание. Reiche ein Geschenk weiter. Sei aufmerksam für jemanden. Ich möchte nicht, dass wir geizig sind mit guten Worten oder Taten. Menschen, die ohne Gott leben, sie haben den himmlischen Vater nicht. Sie leben in der Knechtschaft der Sünde. Sie leben in Furcht, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Ich möchte, dass du einer solchen Person deine Hand reichen kannst. Давайте поднимемся an unsere Norge. Давайте будем вместе молиться. Lass uns gemeinsam beten. Господь, wir bedanken dir. Himmlischer Vater, wir bedanken dir für dieses Jahr. für das, dass wir dieses Jahr gemeinsam mit dir durchlebt haben. für das, für das, dass du, dass du, помог нам bis zu diesem Moment geholfen hast. Господь, wir möchten, dass wir in der nächsten Jahr unser сердце было открыt. Wir möchten, dass unsere Herzen im nächsten Jahr offen sind. Dass wir, Господь, видели, нужdaющего. Dass wir den Notleidenden sehen. Dass wir unsere Hand ausstreichen können. Dass wir einfach jemanden sehen können und auch ein Lob aussprechen können. Dass wir zu jemandem sagen können, das hast du schön gemacht, ich habe das gesehen. Просто jemanden похвалить, einfach sagen, jemanden ein schönes Wort richten können. Ich möchte, dass wir dieses Bild vor Augen haben, wie wir diese kleine Insel sind. Und dass es Menschen da draußen gibt, die eine Insel suchen, wo sie hin gerätet werden können. Denn hier, an diesem Ort, wir beten einen lebendigen und allmächtigen Gott an. dass es an Wir sind in diesem Ort, Gott. Wir schlagen dich. Gott, помогi нам, откrой, Господь, наши сердца, damit wir in der nächsten Jahr können, Gott, können wir die Hilfe für die Hilfe. Damit wir sind, Gott, mit dieser kleinen Kirche, mit diesem kleinen Oström, auf dem man kann jeder. Gott, ich bin alle auf diesem Ort. Danke dir, Gott. Du hast uns hier gebracht. Du hast uns hier als wenn du jeder. Gott, jeder, der hier ist, ist, dass er für jemanden ist. Gott, ich bitte Sie, dass wir uns beitren, Gott. Ich bitte Sie, dass er in diesem Jahr bringt, dass er viele Pleden für Sie. Ich bitte Sie, Gott, dass wir, Gott, viele Pleden für Sie und für Sie. Gott, du bist mit uns, ich bitte Sie, und schreibe. Halleluja! Halleluja! Amen. Amen.